Schwannensee von, was erwähnt, Krillmann, Schwannensee, Anna Tchaikovsky. Egal, aber nicht. Ganz wichtig, ich bin natürlich da mit der großen Füße hier. Und immer wenn ich sehen werde, sie ist gerade beschäftigt. Handy. Ich glaube, es ist verglichen, weißt du ja am Display, das ist also jetzt. Weg. Wozu brauche ich einen Spielwetterplatz? Ja, wirklich bessere Aufnahmen gemacht, das Handy im Dunklen, als die, die Mühle, das ist auch auf.